Bist du taub? Mach schon was! Die Schlange schläft! Die ist voll langweilig. Tut mir echt leid. Er hat keine Ahnung, was es heißt, Tag für Tag da liegen zu müssen und die Leute zu beobachten, wie sie ihre Fratzen gegen die Scheibe drücken. Heißt das, du verstehst mich? Naja, ich hab noch nie mit einer Schlange gesprochen, weißt du? Und du? Ich meine, redest du oft mit Leuten? Du kommst aus Burma, oder? War es schön da? Fehlt dir deine Familie? Im Käfig aufgezogen. Ah ja, geht mir genauso. Ich weiß auch nicht, was Wahrheit ist. Mami, Dad, kommt her! Das ist vollkommen irre, was ich lange da mache! Das ist vollkommen irre. Danke sehr. Kein Thema. Eine Schlange! Decyers ... Chen ... Nummer 45 ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.